Moin aus Thailand. Gerade bin ich auf dem Weg zur ehemaligen legendären Ruine des Batman-Nachtclubs hier in Pattaya. In den 90er Jahren, also 1990er Jahren, war es einer der bekanntesten Nachtclubs in Pattaya, dessen Thema von dem DC Comics Superhelden Batman inspiriert war. Die Ruine befindet sich in der Nähe vom Big Sea, direkt hinter der Esso-Tankstelle in einer kleinen Säu. Nach ein paar hundert Metern kommst du direkt auf das Sechsstücke-Gebäude. Heute liegt der alte Nachtclub in einem verlassenen und verfallenen, manchmal gespenstischen Zustand. Zahlreiche Graffiti-Künstler haben die Menschen, die hier früher abhängen, ersetzt. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, bis heute zu überleben. Als Erinnerung an eine wilde und farbenfrohe Vergangenheit, aber auch an sein tragisches, vorzeitiges Ende. Ich bin hier ganz alleine hergefahren, am Sonntag in der Früh gegen 8 Uhr oder 7.45 Uhr und mir ist schon ganz komisch zumute. Sorry für die Bildqualität, lass dich von der Stimmung einfangen, keine Musik und keine weiteren Kommentare von mir und schau dir unbedingt auch den Abstieg an, der ist echt gruselig. Viel Spaß und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.